Musik Kommander Aschler, Kommander Aschler, bitte melden Sie sich in der Raumschiffzentrale ober. Ja, ja, Max, wie kommt der? Was ist ein Kometenstaub? Unser Weltraum kommt ein Kometenstaub. Oh je, ich habe gehört, dass es aus dem Piratenplaneten frische Sterne staubt. Ich frage mal unseren Freund Käpt'n Luke. Käpt'n Luke, Käpt'n Luke, bitte bieten Sie zu uns und verlinken uns in den frischen Kometenstaub. Ja, bitte. Ja, danke. Schließen Sie sich ums Angriff und wir haben eine lange Fahrt auf das Weltraum. Ja, gerne. Ja, gerne. Festrechnen. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. Hast du den Weg jetzt am Weltraum vom Torwart? Oh je, da sind wir nur gelandert. Lass dich, hör mal, dass du nicht nur hier bist. Hallo, ihr habt mich gut. Ihr braucht Man soll nicht zu fluchten, denn ich bin ja nur meine Maus auch. Auch wenn ich manchmal frech bin. Eine frechenden Aufsatz ist ja wunderbar. Oh ja, wie bist du? Asche, wir haben lieber den Ausdruck. Hey! Wie sieht die Maus? Wenn die Jotter ihren Bein zu hast. Die Jotter ihren Bein. Wir stehen, ich höre schon wieder etwas. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, Kona, warte doch nicht! Jetzt haben wir uns für diesen großen Wald verlaufen. Wir sollen den Damen hier nach Hause finden. Die beste Suchkunde seid ihr nicht. Ich hab... Ich hab euch gehofft. Schnüffelt doch ein bisschen da rum. Vielleicht finden wir den Weg nach Hause, ja. Die Dienste der responds. Oh, was war ein Piel? Oh, was war ein Piel und spinne das denn? Ja? Ich habche, Herr Ski von Ski, Schüffel, nicht? Kommh, schüffel! Wer seid ihr? Ich bin doch und das ist Archer. Wir sind sehr jede, die den Ausbilden. Und das ist unser Freund, der Wetter-Pirator und das ist unser Tanker Max. Ja, wir sind doch keine Engel. Wir sind ganz Krauslinge und Schweine gewesen. Aber ich weiß nicht, was er kommt. Das ist aber ein bisschen Kraus. Mach mal, schläg dich! Ah, ich bist nicht tot! Hey, wer hat denn meine Gestapo Maske gegessen? Ja, nein. Papa, ich war... Dann soll ich nicht mit dir. Ist das jetzt eigentlich vorhin denn raus? Das ist doch jetzt egal. Wir werden nie wieder von mir wegkommen, wenn wir mit unseren kaputten Rauschen. Das ist denn überhaupt nicht gut. Zweig, wir gehen mit dem Straß und der Stand sind gewissen. Wir haben keine Art von Straß mehr. Verwende ich doch die beiden Wunderleitung da und Eko. Die verwende ich sowieso. Aber nicht meiner Mama. Und die anderen schlafen. Was sagen Sie? Ihr seid in einem Raum. Verfreit doch Holz. Ja, Holz. Männertechnik. Jetzt, damit es... Zumindest euer Problem wird. Nun, wir kommen... Wir drei kommen gleich noch in unsere Hause. Schleppt auch bei uns. Wenn wir uns im Grunde unterbraten scheinen sich zu verstehen. Wenn wir uns im Grunde unterbraten scheinen sich zu verstehen. Ich will uns im Grunde unterbraten sein. Wenn wir uns im Grunde unterbraten gehen. Wir sind in unserem Grunde unterbraten. Wenn wir uns im Grunde unterbraten gehen. Alles in unserem Grunde! Aber wie? Ich bin genau ständig aus dem Stück nach oben. Wer bist du? Hilfst du uns? Nein! Pizze! Du bekommst noch einen Käse. Leckerer Käse! Mir nah! Also dann, wir sehen uns. Danke, Frau Pizze. Warte, wann sehen wir uns nicht wieder? Dann schreibt es noch einen Rostwagen. Wie nennt das? Der Luftrostwagen-Türing! Wir hätten ab einem kleinen Abbruchstück noch eine kleine Zugabe vorbereitet. Wer hat Angst vor Dracula? 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 Bei Nacht bei Nacht! Bei Nacht bei Nacht! Bei Nacht bei Nacht! Im Shisha-Schuh mit dem Mondeschein. Er hat die Wiener Socken an. Und hat so sprachlich schön gemacht. Die Mega-Moisel-Bundersicht. So kennen sie ihr Herz gemisst. Bei Nacht bei Nacht! Bei Nacht bei Nacht! Im Shisha-Schuh mit dem Mondeschein! Oh, super! Sieht doch nicht! Super! Aber die Kinder, die sind alle so kreativ, sie haben sich alle ihre Rolle selber ausgesucht, haben sich ihre Charaktere zuerst aufgemalt und dann haben sie gleich Idee gehabt, was passieren könnte in dem Stück. Ich hab's nur noch zusammen schreiben müssen, den Rest haben sie selber gemacht, das Bühnenbild, alles. Sie haben für alle selber die Ideen gehabt und die können wirklich stolz auf euch sein. Ich bin so dankbarer Mann. Ich bin so dankbar, dass sie mit Eich beieinander, aber wirklich jeder andere von Eich, es hat mir so viel Spaß mit Eich gemacht, weil es so ist. Also jetzt nur die Kunstwoche haben, viel Spaß bei der Kunstwoche und dann suchen sie schöne Pferde rein. Ja, und wir wollen uns auch bei dir bedanken, weil du hast eine kleine Kras. Gestern, wie du noch nicht da warst, haben die Kinder in der Kreativität wieder mal spielen lassen und dann haben wir ganz tolle Zeichungen gemacht. Die Kreativität. Vielen Dankeschön. Du hast dich echt zum Wort gemacht. Danke. Danke. Danke.